Uns ist schon klar, wie sehr du dich auf deinen neuen Neato freust. Also, hier ein paar Tipps, wie du noch mehr aus deinem Neato rausholst. Zuerst stell die Ladestation irgendwo auf, wo sie leicht erreichbar ist. Auf einer ebenen Fläche. Räume alles auf, was kleiner als 10 cm ist und binde lose Kabel fest. Du kannst deinen Neato einfach so starten. Damit Neato sich automatisch aufladen kann, starte ihn an der Ladestation und hebe ihn unterwegs nicht auf. Wenn Neato mal eine Stelle übersieht, kein Problem, er kommt nochmal vorbei. Damit dein Roboter immer gut arbeitet, achte auf eine regelmäßige Wartung. Denk nach dem Reinigen der Bürste daran, den Bürstenschutz zurückzustecken. Und nicht vergessen, wenn das Zubehör regelmäßig ausgetauscht wird, bleibt die Reinigung immer top und perfekt. Auf unserer Supportseite findest du weitere Informationen und Videoanleitungen, um das Beste aus deinem Neato rauszuholen.